Hallo, das passiert Ihnen auch? Unscharfe Fotos oder Sie wissen nicht, in welcher Situation Sie was Sie an Ihrer Kamera einstellen sollen? Dann helfen Ihnen unsere Fotokurse. Wir führen regelmäßig Fotokurse in Cuxhaven und im Zoo durch. Wir haben sowohl einen Theorie-Teil, dort erklären wir Ihnen die Kamera und die Bedienung und einen Praxisteil. Dazu haben wir eine Partnerin, die Frau Brauneis, die mit Ihnen die Praxis übt und rausgeht und die Bedienung an der Kamera im Einsatz zeigt. Besuchen Sie unsere Website ringfoto-schatke.de oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Wir führen auch Individualkurse durch. Ihr Ralf Duderstadt